So und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Drive Fuel Truck Simulator 2 hier bei Nero Players mit dem Zengus mit dem coolen Cowboy Hut der aussieht wie Indiana Jones so da ist auch rechts unsere Liste die habe ich gerade schon fast vermisst Renault Premium Upgrades okay was auch immer uns das sagen will ja die Liste habe ich mir sowieso nie durchgelesen das sind diese ganzen Verbesserungen und so nach dem Update ja auch mir fällt gerade was auf wir haben Profit pro sieben Tage habe 96.175 Euro aber unser Guthaben beträgt nur 92.675 Euro das heißt wir haben Verlust gemacht irgendwas frage ich nur was das dann immer ist ja ich will ja jetzt eigentlich hier diese Strecke fahren ich gucke mal ob das geht da sind da sind gleich zwei Aufträge und ich werde den nehmen mit den schönen Volvo FH 16 Sleeper also die Strecke wollte sowieso fahren ich kann mal kurz gucken was von München ausgeht aber das ist jetzt ja ging zwar auch nach Österreich und auch in den Süden wie so manche wollten aber ich werde jetzt hier diese Strecke fahren durch Österreich das habe ich jetzt so eben für mich entschieden alle die weiter in den Süden wollen es geht doch auch gewissermaßen in den Süden also so ein kleines Stückchen paar Kilometer also dies passt schon wie der Bayer sagen würde ich werde uns mit einem schönen Doppelklick diesen Auftrag annehmen und hoffen mal dass jetzt auch was passiert ne okay jetzt nochmal jetzt aber da lädt auch schon diese wunderschöne Brücke die ich übrigens sehr schön finde eigentlich sogar sehr 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 schön ein wirkliches Meisterbauwerk eine Meisterleistung der Architektur und ja die Musik verstummt es ist dunkel man hört das leise rauschen des nächtlichen Verkehrs um ein Uhr zwei ein Handy klingelt im Hintergrund beziehungsweise eine Nachricht geht ein ich kann nicht antworten ich bin am Steuer ich darf nicht antworten durchs Dachfenster sieht man den schönen Sternenhimmel der Lkw Fahrer startet den Motor der Motor läuft das Licht wird angeschmissen die Hupe wird getestet das Fernlicht wird getestet und es geht los der Lkw Fahrer wagt sich jetzt auf die Straße bremst die Bremsen wirken direkt nun tritt er seine Route von Wien nach Salzburg an bei wunderschönen Vollmond herrlich so und Kreisverkehr boah meine Güte meine Güte muss mal so auszudrücken der Lkw Fahrer fuhr viel zu schnell jetzt muss er drosseln um an der Ampel stehen zu bleiben da hinten ist ein Eurozeichen was sagt uns dieses Eurozeichen das ist dem Lkw Fahrer jetzt ziemlich egal eine Werkstatt wahrscheinlich was es glaube ich auch ist naja ich konzentriere mich jetzt mal wirklich auf die Fahrt nachts nachts ist es kälter als draußen und es ist schwieriger zu fahren finde ich teilweise ja deswegen jetzt Konzentration die Stille Stille Nacht Heilige Nacht wir ziehen jetzt an diesen VW Golf vorbei und an diesen was auch immer es darstellen soll 70 90 was stand da ich glaube 90 ne gehe ich mal jetzt von aus aber egal es ist ja sowieso 1.11 Uhr da kann man sich auch mal etwas anders verhalten als man es sonst tun würde finde ich bisschen nur also man sollte natürlich kein Unfall bauen aber bisschen lockerer sehen könnte man das schon ich flottes Gefährt bei schon 95 meine Güte seit jetzt schon die Autobahn oder was ja stand auch gerade glaube ich so ein Schild da vorne sind schon wieder andere LKWs die mich natürlich etwas stören ich hoffe mal dass das Milchpulver was wir hinten geladen haben die ganze Fahrt jetzt hier mitmacht aber wenn ich jetzt wirklich hier so stürmisch fahre wie ich es jetzt gerade tue also was ja stürmisch ist einfach zügig gefahren nicht dass wir hinterher noch so ganz viel weißes Pulver offen da im Auflieger rum hängen haben ich glaube das kommt bei Zollkontrollen nicht immer so gut weiß nicht muss ich tanken nö eigentlich nicht aber ja okay ist schon über die Hälfte runter aber ich weiß nicht ne boah der Vollmond der gefällt mir wirklich das finde ich schön wirklich schöner Mond tja und waren die Menschen jetzt drauf ja oder nein fällt mir jetzt gerade mal so ein weil es ja jetzt schon von wegen Mars und so ne 2020 oder so sondern irgendwie Leute auf dem Mars habe ich gehört wer weiß aber obwohl sich viele ja noch nicht mal sicher sind ob sie überhaupt auf dem Mond waren naja da gibt es da verschiedenste Theorien also dass das im Studio gedreht wurde okay und ja das ist dann eigentlich auch schon die Haupttheorie und dann gibt es da ganz viele befürworter befürworter dieser Theorie so jetzt habe ich es befürworter dieser Theorie so schwer ist es doch gar nicht die ähm ja die eben dafür sind und äh dann auch irgendwie verschiedenste Argumente warum das so sein muss dass sie nicht auf dem Mond waren sondern auf der Erde weil bestimmte Sachen könnten ja so gar nicht auf dem Mond sein sondern könnte ja nur auf der Erde sein zum Beispiel dieser Gang man sieht ja äh man sieht ja zum Beispiel da wie die dann so rumhopsen ach jetzt düdelt es da wieder im Hintergrund das wollen wir natürlich nicht ich mach mal ganz kurz auf stumm aber ich weiß nicht äh jetzt muss ich hier rübergreifen so jetzt ist stumm ähm ja zum Beispiel diese Sprünge da meinen auch viele eben dass das ja theoretisch mit Zeitraffe einfach gemacht wurde was natürlich ein bisschen komisch aussieht da gibt es ja auch äh kann ich nur empfehlen auf N24 die schon 3000 mal wiederholten Sendungen zu diesem Thema und das dann alles widerlegen irgendwie ich weiß nicht wie das dann heißt aber nicht hier die Welt ohne Menschen wird es sowieso eigentlich so ein bisschen alter Kaffee die jahre zu Lala aber das fand ich wirklich interessant da haben die wirklich versucht mal so diese Theorien etwas Prozent etwas dagegen zu sagen aber auch wirklich Prozent mit belegen mit Beweisen obwohl er Beweise was sind Beweise kommen alles fälschen kommt 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 aber vorbei wir müssen links rum so ist das halt letztlich was bringt es uns wenn wir da waren Erfahrung wir wissen wie der Mond aussieht schön ach ja ich betrachte ihn doch viel lieber von unten ja wenn er nicht hinter so dämlichen Bäumen wäre ah da ist er wieder ein bisschen wo ist er denn ist er auch noch hinter so einer dämlichen Wand und man wer jetzt den Mond betrachten ah mal gut sie waren das hinsetzen es geht ja gar nicht also mit diesem Volvo ich darf dich verdammt zufrieden muss mich unbedingt erkundigen wie viel der kostet und ab welchen Level man den bekommen kann weil dann würde ich den sofort kaufen wirklich das ist doch wirklich ein schönes Gefährt vor allem wie der zieht 22 Tonnen Milchpulver das kriegt nicht jeder gestemmt ich hoffe mal dass ich hier alles richtig gemacht habe ja habe ich sonst würden wir voll in der Mitte dagegen fliegen ich habe irgendwie richtig Lust einen neuen Geschwindigkeitsrekord hier aufzustellen mein jetziger der liegt bei 101 kmh aber ich glaube da geht noch was da geht auf jeden Fall noch was muss nur bergab gehen ach nee nee komm überholt überholt ich muss auf die Überholspur scheiße so noch geschafft für diesen Gefährter den Schleicher zack ziehe ich da mit 90 an den vorbei scheint es übrigens irgendwie so zu sein als ob die eine Geschwindigkeitsbegrenzung eine Geschwindigkeitseinschränkung hier die LKWs selber weil ich glaube eigentlich mit diesem paar PS da unter mir da kann man wahrscheinlich eigentlich einiges mehr machen an Geschwindigkeit so mal kurz die ganzen toten fliegen und toten sonst was Viecher da von der Scheibe kehren jetzt gerne auch noch so einen Sprühleis haben mit so einem stinkenden Scheibenwaschzeug aber naja ja nachts fahren ist echt schön also man sieht so viel von der Landschaft aber man sieht ja die Sterne vielleicht sieht man ja ein paar Sternbilder aber wenn ich jetzt so nach oben gucke sehe ich erstmal nichts doch den Mond jetzt gerade sogar sehr schön dem Mond ich überlege gerade ob ich tanken soll aber jetzt sind sie offenbar laut Navigationssystem nur noch 17 Minuten aus dem hätte ich dann jetzt abbremsen müssen komm der schafft das zuversichtlich was das angeht Salzburg ja da wollen wir doch hin nicht nach Innsbruck oder München da hinten ist schon Salzburg das geht jetzt aber flott oh 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 da muss jetzt mal kurz sein ja luminös was benutzen die denn für ein Beton da scheint wohl so ein Licht durchlässiger Beton zu sein Das wäre mal eine coole Erfindung Weil eigentlich ist ja immer das Problem Dass es unter den Brücken so dunkel ist Weil die Autobeleuchtung Also die Fahrzeuge Ey Ja ich fahre doch jetzt rechts Meine Güte Ja da musst du jetzt mit klarkommen Das hast du dir selber eingebrockt Du ich merke dir Ich merke mir dein Nummernschild Ich merke mir dein Nummernschild Ich sag's dir So zweiter Aufenthalt in Salzburg So jetzt möchte ich aber mal wissen Was habe ich denn da hinter mir Ich hoffe mal ich fahre jetzt niemanden hinten drauf Ich kann sein Nummernschild nicht sehen Ich messe einfach mal so Ach man ich will sein Nummernschild sehen Ey das darf doch nicht wahr sein M A A Ein österreichisches auf jeden Fall Wie kriegt man das nochmal weg Ja M A 446 FK So Das notere ich mir jetzt Wo habe ich was Was ist das hier für ein unwichtiges Blatt So das muss man doch mal machen Also das geht doch alles hier nicht Ähm Ja Ne Komm jetzt Ist schon wieder rot geworden Da vorne Das kann ich jetzt Jetzt muss ich mal kurz gucken Ah ich muss hier sogar rechts rum Naja kommt ja keiner 4 Uhr 11 haben wir es jetzt Der Mond scheint immer noch helle Ach hier ist zum Beispiel so eine So eine Garage Die kann man sich noch kaufen Moment ich mach das mal ganz kurz hier Jetzt ganz Ah Das klang ja gar nicht gut Das war glaube ich die Verkleidung Jetzt würde ich gerne mal aussteigen können Oder so Aber nein man muss ja immer mit einem LKW hinfahren Na wie viel kostet denn der schöne Spaß hier Aha 1800 Also 180.000 so Euro Bedauerlicherweise verfügen sie derzeit nicht über die Mittel zum Kauf Also geht das Tor nicht auf Schade Das ist aber eine schöne Garage So Naja Werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann schaffen Vielleicht ja irgendwann sogar mit einem Kredit Machen wir hier so ein bisschen Federtest Das möchte ich jetzt echt mal wissen mit der Palette Wie ist das? Boah Boah Das ist eingesunken Aber man sieht die Paletten halten den LKW nicht aus Sie geben nach Jetzt hat sich die Palette sogar verschoben Sehr schön Okay ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken wie viel Zeit haben wir eigentlich noch Noch drei Stunden Ja das dürfte noch gehen Oh 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 Da ist ja Mein Auflieger Ah was mach ich denn jetzt hier Jetzt fahren wir ganz vorsichtig die Kante Weil das klang gerade überhaupt nicht schön So Dann docken wir mal wieder an das Mutterschiff an So Perfekt Ob wir noch im Rückwärtsgang Na das dürfte auch kein Problem sein So Jetzt wieder Vorwärtsgang rein Kommst nicht durch So Endlich Boah Ist der Motor jetzt abgesoffen? Scheint so Ja danke du lässt mich durch Wäre ich hier gut schreiben Gut heißen Wäre ich ein gutes Wort für dich einlegen Auch wenn ich nicht weiß wer du bist Ach schade Blick halten würde ich direkt lassen können Jetzt sogar Warmblinganlage Weil jetzt kommt ja ein Einparkmanöver Vom feinsten Jetzt werde ich es mal Speed einparken hier Jetzt zeige ich mal was hier Speed einparken heißt Boah Ja Das heißt es ganz bestimmt nicht Oder? Ne Das war es leider nicht Ja das war es dann auch schon wieder mit Speed einparken Das war es dann auch schon wieder mit Speed einparken Aus dieser Perspektive kann ich eigentlich nicht gut fahren Aber zumindest ist es nicht schnell Oh Ich muss komplett anders einschlagen So rum So und jetzt hier Und so Dann noch ein bisschen da Ein bisschen mehr einschlagen Und ja Hat niemand gesehen Ausgezeichnet Milchpulver von Wien nach Salzburg Gefahrene Strecke 254 Kilometer Dauer Drei Stunden und 23 Minuten Verbrauchter Kraftstoff 126 für 105 Liter Und ja Anderen Angaben interessieren mich jetzt nicht Sondern nur das Gesamtergebnis 4193 Euro und 349 Erfahrungspunkte Das heißt wir sind jetzt schon Ja Fast 8,5 Im 8,5 Ach Einen halben Level Um es mal so auszudrücken Ach wie schön Musik So Oh 96.000 Schön Ich gucke jetzt mal kurz Wie viel wir eigentlich jetzt schon Inzwischen Erkundet haben 16,27% Also das heißt Da gibt es noch einiges zu erkunden Einiges Also Viele Autobahnen Hier da Muss ich auch nochmal unbedingt ein bisschen fahren Aberdeen Da will ich unbedingt mal hin Da Ganz Nach oben In den Norden Aber erstmal werde ich glaube ich hier so ein bisschen Mich umgucken Naja Vielleicht geht es dann ja demnächst nach Innsbruck Oder wer weiß Was von Salzburg ausgeht Vielleicht kann man ja direkt nach Verona fahren Naja Das werden wir dann sehen In Der nächsten Folge Bis dann Tschüss Bleh 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 Untertitelung des ZDF, 2020